Aber predigen mehr wie Jesus, Anselm. Dann lasst uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, wie Jesus gepredigt hat. Matthäus Kapitel 23, Abvers 29. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmale der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wie kannst du sie als Schlangen bezeichnen, als Ottern bezeichnen? Das ist, was Jesus gepredigt hat. Wie kannst du so beleidigend predigen? So hat Jesus gepredigt. Das ist eine sehr beleidigende Predigt gegen die Pharisäer. Er bezeichnet sie als Schlangen, als Ottern. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das ist eine harte Predigt. Harte Predigten sind biblisch, kommt klar damit. Oder wie wäre es mit dem Vers, wo Jesus sagt, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihnen zweimal mehr, als ihr es seid. Hey, ihr seid Söhne der Hölle. Ihr seid Schlangen, Ottern. Das ist verdammt hart. Jesus war der härteste Prediger. Dann rate mal was, alle Propheten im Alten Testament und auch die Apostel im Neuen Testament, alle Männer Gottes, sind natürlich mit Sünde behaftet. Aber Jesus Christus, Gott selbst im Fleisch, hatte keine Sünde. Er hat natürlich perfekt gepredigt. Also er war natürlich der härteste Prediger. Aber Jesus Christus, Gott selbst im Alten Testament und auch die Apostel im Alten Testament und auch die Apostel im Alten Testament.